Was geht ab, Leute, euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es um 6 verschiedene Items bzw. mysteriöse Sachen, die wir einlösen können und mit denen wir dann auch ein paar Belohnungen erhalten. Doch bevor wir damit loslegen, Freunde, lass mir gerne mal einen Daumen, da vergesst nicht, wenn wir den Glocken zu aktivieren. Ich würde jetzt mal sagen, genug gequatscht, starten wir mit dem Video. Let's go! So, Leute, jetzt geht es auf jeden Fall um ein sehr interessantes Thema. Ihr habt ja bereits schon mitbekommen, Freunde, höchstwahrscheinlich aus dem Titel oder aus dem Thumbnail. Es gibt insgesamt über 6 kostenlose Sachen, die wir höchstwahrscheinlich nach und nach freischalten können oder die nach dem Fortnite-Mass-Event freigeschalten werden. Doch ihr fragt euch jetzt sicherlich, um was es denn genau geht. Es gibt insgesamt 6 bis 7 Codes da draußen in der Wildnis, die veröffentlicht worden sind, aber natürlich zu früh. Epic Games wollte das eigentlich nicht, aber doch kam es irgendwie zustande. Ein paar GameStop-Mitarbeiter haben auswürsend die Codes an Leute rausgegeben. Das waren höchstwahrscheinlich irgendwelche Praktikanten, die nicht wussten, wann genau das passieren soll mit den ganzen Codes oder, oder, oder. Auf jeden Fall, Freunde, was ich schon mal sagen kann, ist, dass diese Codes für irgendwelche Items ingame sind. Beziehungsweise man ist sich noch nicht zu einer Million Prozent sicher, aber höchstwahrscheinlich sind das Codes für Fortnite. Man muss die nämlich bei Epic Games einlösen, um die dann halt sozusagen später zu erhalten. Wenn man die jetzt aber aktuell einlöst, dann steht da nicht gefunden, beziehungsweise noch nicht vorhanden und unaktiv. Aber, Freunde, wenn ihr die eingelöst habt und der Zeitpunkt gekommen ist, dann werdet ihr diese Sachen bekommen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, was es sind. Höchstwahrscheinlich sind es entweder Sprays, Emotes, Spitzhanken oder sonstige kostlose Sachen. Sogar V-Bugs können dabei sein, Freunde, weil, wie gesagt, diese Codes konnte man ja damals immer einlösen und ich stelle mir das einfach vor von den ganzen anderen Events, die wir jetzt bisher hatten. Man konnte ja eben so halt unterschiedlichste Sachen einlösen, Sprays, V-Bugs oder sonst was. Ich habe ja auch beispielsweise den Battle Pass schon so einmal bekommen und die sind halt noch nicht aktiv. Ich kann euch jetzt nur empfehlen, die Codes zu nehmen, alle mal durchzuprobieren und alle einzulösen. Es gibt natürlich welche, die gehen nach einer Zeit wieder weg, aber dann kommen wieder welche dazu. Falls welche dazukommen, Freunde, werden wir euch auf unserem Discord-Server aktiv halten. Das heißt, ihr könnt die Videobeschreibung abchecken, den Link abchecken und dort auf jeden Fall unter Hashtag Giveaway mal reinschauen. Dort, Freunde, oder unter Hashtag Fortnite News. Dort posten wir dann immer nach und nach die ganzen Informationen bezüglich den ganzen Codes und wenn die auch geupdatet werden. Aber der aktuelle Zeitpunkt bzw. der aktuelle Stand sagt uns, wir bekommen unterschiedlichste Items für Fortnite. Also viele gehen davon aus, dass es Fortnite ist. Es kann auch natürlich sein, dass es was anderes ist, aber es wird zu 99% Fortnite sein. Denn es gibt auch bald eine Möglichkeit, wir kostenlos diese kostenlose Spitzjacke bekommen können, die ich aus dem letzten Video euch gezeigt hatte. Und nun weiß man, wie das Ganze zustande kommt bzw. wie man das Ganze erhält. Und zwar, Freunde, werden bald nämlich solche komischen V-Bugs-Karten auf dem Markt sein. Genauso wie Playstation-Karten, die man sich im Kiosk holt, an der Tankstelle, Mediamarkt, Saturn. Und anstatt dem Playstation-Symbol wird dann halt dementsprechend dort so ein, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, so ein V-Bugs-Symbol drauf sein. Dann wird man halt dann ein kostenloses Ding noch dazu erhalten, also kostenlosen Code, wo man dann halt die Spitzhacke bzw. die unterschiedlichsten Sachen einlösen kann. Und das sind, denke ich mal, die Codes, die jetzt derzeit im Umlauf sind. Ihr müsst euch vorstellen, Freunde, diese Codes funktionieren wie folgt, dass ein Code ca. 50.000 Mal eingegeben werden kann. Dann, Freunde, wird dieser Code dann höchstwahrscheinlich wieder deaktiviert bzw. man kann ihn dann nicht mehr benutzen. Da muss man wieder einen neuen suchen und so weiter und so fort. Deswegen kann ich euch, wie gesagt, nur raten, auf unseren Discord-Server zu kommen, um dort dann halt natürlich up-to-date zu sein. Und dann halt eventuell auch diese ganzen Sachen mitzunehmen, denn es wäre viel zu schade, Freunde, wenn ihr das Ganze verpasst. Und ich sage es euch, wie es ist, wenn am Ende des Tages, Freunde, tatsächlich dann halt nichts bei rumkommt und ihr tatsächlich nichts erhalten solltet, kein Problem, Freunde. Am Ende des Tages könnt ihr es dann doch trotzdem erhalten, vielleicht. Wenigstens hat man es dann versucht. Ich halte euch bei sowas immer gerne auf dem Laufenden. Stellt euch mal vor, man bekommt irgendwelche krassen Belohnungen, aber dann ist das Ganze nicht mehr möglich. So halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch so passiert, wie ich es gesagt habe. Wir warten am besten einfach mal ab. Laut den ganzen Ligern soll das Ganze so gegen, ja, Fortnite mehr, also absoluter offizieller Start, soll es dann losgehen. Das sollte dann sozusagen der Dienstag sein, wenn das ganze Update rauskommt, entweder am 22. oder am 22. sage ich schon, am 29. Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze so tatsächlich passiert oder nicht. So viel auf jeden Fall schon mal hier zu dem Video, zu den ganzen Informationen. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, Freunde. Ich würde mich jetzt nach und nach hier an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist so ein schnell gemachtes Video gewesen. Also es war jetzt nicht mit sehr vielen Millionen von Informationen, aber ich hoffe mal mit hilfreichen Informationen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, noch unklar, was man dadurch bekommt. Aber wir warten einfach mal lieber ab. Es ist höchstwahrscheinlich was für Fortnite. Man wird auch so die ganze Spitzhacke freischalten können, die ich euch gestern in dem Video gezeigt hatte. Und so viel schon mal dazu. Ich würde mich verabschieden, Freunde. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.